Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise zu einem Vlog. Ich dachte mir, wir machen zusammen ein paar Preparations, bevor es für mich für zwei Wochen in den Urlaub geht. Und ja, ich dachte mir, wir packen einfach heute mal zusammen meinen Koffer. Es ist hier immer noch eine große Mess. Jeder, der das Video gesehen hat, wo ich meinen Kleiderschrank ausgeräumt, beziehungsweise eingeräumt habe und ein bisschen aussortiert habe, der kennt dieses Chaos schon. Es hat sich jetzt in den letzten Tagen noch mehr zu einem Chaos entwickelt, weil ich so ein bisschen meine Klamotten durchgegangen bin. Hier sind Bikinis, da sind Bikinis, hier ist Unterwäsche. Ich habe aber auch hier schon alles eingeräumt, alles provisorisch erstmal eingeräumt. Das ist auch schon wieder ein bisschen unordentlich, weil ich wahrscheinlich dem Ganzen nochmal eine andere Ordnung gebe, weil ich nicht zu 100% happy bin mit dem, wie es ist. Ich brauche auf jeden Fall einen Hocker, damit ich oben an alle Fächer immer gut rankomme, weil da bin ich noch so ein bisschen am Scheitern. Arto muss mir die ganze Zeit meine Pullis rausholen, wenn er hier ist, weil ich komme einfach nicht dran. Ja, ich dachte mir, wir packen jetzt einfach mal zusammen meinen Koffer. Ich werde heute alles einpacken, was ich auf jeden Fall mitnehme, sprich Outfits und Klamotten und Sachen, die ich einfach nicht mehr hier brauche. Natürlich so Sachen wie Glätteisen, Lockenstab, was ich die Tage noch benutze, bleibt noch alles aus dem Koffer. Meine Kamerasachen und Handyzeug und sowas bleibt auch noch draußen, das nehme ich sowieso mit in Handgepäck. Aber wir packen jetzt schon mal meine Grundsachen. Ich habe auch noch ein paar Sachen bestellt, wir werden auch noch ein kleines Unboxing machen. Aber die meisten Klamotten, die ich noch für den Urlaub bestellt habe, sind leider noch nicht da. Das heißt, das werde ich alles auch noch last minute einpacken. Und ansonsten geht es für mich in 1, 2, 3, 4, 4 Tagen, beziehungsweise 5 Tagen. In 5 Tagen fliegen wir, aber ich muss am Sonntag schon ready sein. Heute ist Mittwoch und Montag fliegen wir. Deswegen muss ich bis dahin wirklich alles ready haben. Ich muss noch ein paar Pakete zurückbringen, weil in den 2 Wochen läuft sonst die Frist ab. Und ja, ich habe hier meinen Big Ass Koffer, den habe ich mir bei Amazon bestellt. Zuallererst, ich habe schon ein paar Outfits geplant, aber zuallererst zeige ich euch mal 2 Sachen, die ich mir noch extra bestellt habe. Ich habe mir noch 2 größere Pakete bestellt. Einmal haben wir hier eins von Amazon. Oder wie man es daraus spricht, ich sage immer Amazon, Amazon, keine Ahnung. Und ich habe mir noch Unterwäsche bestellt, because I wanna look sexy, obwohl Arthur überhaupt nicht mitkommt. Das habe ich schon aufgerissen, weil ich wollte sehen, wie alles aussieht. Ich habe mir zweimal Lounge Underwear Pieces bestellt, beziehungsweise 2 Sets. Ihr werdet die auch noch sehen. Wisst, ich habe schon sehr oft mit denen kooperiert und ich werde auf jeden Fall bald wieder einen Code haben. Ich bin obsessed, ich liebe Lounge. Ich finde die Teile mega schön. Das ist wirklich eine ehrliche und persönliche Empfehlung, weil ich trage die wirklich on a daily basis. Und falls ihr meine Spülmaschine habt, ignorieren wir einfach. Einmal haben wir hier so ein cutes weißes Set. Ich habe mir extra für den Urlaub ein weißes Set bestellt, weil ich da hoffentlich braun werde. Und dann sieht es immer sehr nice aus. Ich habe mich extra so ein bisschen am Meer orientiert und so diese Beach-Wipes und Summer-Wipes. Deswegen habe ich auch noch ein blaues Set bestellt. Ihr wisst, ich liebe blau. Und irgendwie ist das gerade voll weird hier. Hä? Das hier ist das zweite Set. Ich habe das auch schon in schwarz-weiß und in gelb-weiß. Ich glaube, das ist genau das Gleiche. Das ist das Luxe-Barcony-Set. Das ist der passende Bra. Habe ich mir dazu bestellt. Meine Mama hat den auch mal anprobiert, weil ich finde, das sind einfach die cutestesten Designs. Das habe ich mir auch sehr cute vorgestellt im Urlaub. Wegen diesen blauen Tönen. Dann habe ich mir auch noch was Besonderes für den Urlaub bestellt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wo ich hinfliege. Ich habe schon mal einmal kurz bei Insta angeteasert und sehr viele sind drauf gekommen. Für mich geht es auf die Malediven. Und ich bin sehr excited. Ich freue mich unnormal. Ich bin mehr als hyped und ich freue mich einfach so krass auf die nächsten zwei Wochen. Kleine Background-Story, warum wir auf die Malediven fliegen. Das hat so einen besonderen Grund. Beziehungsweise natürlich ist es trotzdem Urlaub und man genießt die Zeit und es ist Entspannung. Und es ist einfach krass dort. Also hoffe ich zumindest. Aber alles, was ich darüber gesehen habe, Arthos Schwester war letztens auch da. Und sie meinte auch, das ist einfach heftig. Seitdem ich mich erinnern kann, hat mein Papa mir immer gesagt, dass er mit mir mal auf die Malediven gehen will, um dort zu tauchen. Weil er da schon mal war. Und für ihn war das eines der krassesten Erlebnisse in seinem Leben. Und er hat gesagt, er will das unbedingt mit mir erleben. Und deswegen hat er letztes Jahr, ich glaube im März, ich glaube wirklich genau vor einem Jahr oder ein bisschen später. Auf jeden Fall in der Frühlings-Summer-Season hat er den Urlaub schon gebucht gehabt. Weil letztes Jahr wegen Corona war das immer noch so ein bisschen heikel. Ich war ja auch mit Arthos noch im Urlaub. Und deswegen war mir so, okay, wir machen das einfach nächstes Jahr. Da ist es wahrscheinlich oder wahrscheinlicher, dass es auf jeden Fall funktioniert. Und ja, am Montag ist es soweit. Und ich bin sehr hyped. Das ist auch der Grund, warum ich momentan so ein bisschen lerne. Weil ich mache da einen Tauchkurs. Beziehungsweise mache ich den jetzt schon online ein bisschen mit meinem Papa. Ich habe es auch letztens in meiner Story gepostet und voll viele haben gefragt, was ich da lerne. Aber das war für den Tauchkurs, weil man braucht natürlich einen Tauchschein. Und wir wollen da auch wirklich so professionell tauchen. Deswegen ist auch der Grund, warum wir auf die Malediven fliegen. Weil mein Papa einfach so fasziniert von dieser Unterwasserwelt ist. Und ich bin auch jemand, ich liebe das Meer so krass. Ich weiß, viele haben Angst zum Beispiel auch vor Hain und einfach so diese Tiefe und sowas. Aber einfach so, das einfach mal so zu sehen. Und ich glaube, das ist eine krasse Erfahrung. Deswegen, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und auch sagen, wie es war. Und zwar wollte ich sehr nice Unterwasseraufnahmen machen. Und deswegen habe ich mal mich erkundigt, was es für gute Unterwasserkameras gibt. Und ich muss sagen, ich bin nicht so gut für nicht geworden. Weil auch sehr viele einfach super teuer sind. Und ich ehrlich ein bisschen zu geizig bin, so viel Geld dafür aufzugeben. Obwohl ich da nur zwei Wochen bin. Natürlich kann man die dann auch nochmal wann anders benutzen. Aber wann geht man schon mal richtig tauchen und benutzt die wirklich. Und deswegen habe ich mir einfach eine bei Amazon bestellt. Die soll aber sehr, sehr gut sein. Denn es war auch die erste, die mir angezeigt wurde. Und ich habe sie hier. Ich glaube, die hat auch nur 36 Euro oder so gekostet. Und deswegen war ich so, okay, ist es nicht ein bisschen sehr günstig? Ist es dann nicht so, dass die irgendwie doch nicht wasserresistent ist und dann irgendwie voll kaputt geht? Aber ich habe jetzt einfach mal darauf vertraut. Die hat auch eine gute Bewertung. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, wo ich die festmache. Ob ich die in der Hand halten muss oder ob ich die mir an meinen Kopf mache. Ob das irgendwie geht mit der Taucherausrüstung. Aber, ah, sieht aus wie eine GoPro. Ist auch irgendwie wie eine GoPro. Das ist das gute Stück. Also man kann es auf jeden Fall gut befestigen. Okay, die ist auf jeden Fall wasserdicht. Ich glaube, das ist einfach wie eine GoPro aufgebaut. Nur war nicht so teuer und ist wahrscheinlich nicht so gut auch von der Qualität. Haben wir hier auch SD-Karten? Wo sind die SD-Karten? Ja, damit man das halt verschieden befestigen kann. Ich muss mich da mal ein bisschen mit beschäftigen, wenn wir dann auch wirklich tauchen, damit ich weiß, wie ich es am besten dran mache. Aber die kommt auf jeden Fall mit. Ich werde die aber auch ins Handgepäck packen. Und wenn ich das alles mit der SD-Karte hinbekomme, dann werdet ihr die Aufnahmen auf jeden Fall auch sehen. Deswegen habe ich es auch eigentlich bestellt, damit ich euch so ein paar Eindrücke geben kann. Und ja, ich bin sehr excited. Das macht mir gerade so eine harte Frau Freude. Wir starten jetzt mit dem eigentlichen Packen von meinen Outfits, von meinen Klamotten, Bikinis und allem drum und dran. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie viel Gratis da ist. Aber ich bin mir sicher, dass ich da keine Coolies brauche. Zumindest hoffe ich, dass ich da keine Coolies brauche. Weil sonst ist es ein bisschen blöd. Aber vielleicht abends? Ist es da warm? Ich muss mal mein Handy holen. Ich muss mal gucken. Okay, Montag fliegen wir um 20 Uhr. Roundabout 19 bis 20 Uhr. Das heißt, wir sind gegen 10 Stunden 6 Uhr dort. Das ist aber deutsche Zeit. Das heißt, vier Stunden früher, äh, vier Stunden schon voraus. Das heißt, wenn wir auf dem Aledien landen, ist es Dienstag 10 Uhr morgens. Oder? Habe ich mich jetzt berechnet? Und Dienstag sind es 30 Grad, Mittwoch sind es 29 Grad, Donnerstag sind es 30 Grad, Freitag sind es 29 Grad. I can't believe it, Leute. Fangen wir an mit Bikinis, die ich zu 100% mitnehme. Ich werde da wahrscheinlich viel mehr einpacken, als ich schlussendlich trage. Ich habe euch ja in dem einen Vlog die Bestellung gezeigt, als ich bei Bayou the Label bestellt habe. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und die waren schlussendlich alle zu klein. Ich habe alle in die Größe S genommen. Und ich trage normalerweise auch S, aber es ist kein Problem, wenn ich auch eine M oder L oder XL brauche. Ich habe aber auch diese Größen abgecheckt. Und ich war so, okay, weird, weil S hat nirgends gepasst. Also die Unterteile waren so richtig, die saßen einfach richtig unvorteilhaft. Und die Oberteile, da hat meine Hube nicht reingepasst. Und deswegen habe ich nochmal bestellt und habe alles in M genommen. Und es passt perfekt. Leute, schaut euch mal bitte diesen Bikini an, wie cute der ist. Ich habe den auch schon in meiner Story gezeigt. Und die war auch obsessed genauso wie ich. Der ist einfach so cute und der passt perfekt. Den packen wir hier rein. Wo tue ich das am besten denn? Ich tue das am besten in das Fach. So, dazu das passende Unterteil ist es leider nicht in diesen Brazilian-Schnitt, den ich so gern mag. Aber man kann es so ein bisschen reinschieben und reinquetschen. You know what I mean. Und dann sieht es sehr, sehr nice aus. Und außerdem sieht der sowieso nice aus. Deswegen ist es egal. Dann habe ich mir noch einen braunen bestellt. Der passt auch perfekt. Also bei dem ist es ein bisschen so, ich habe immer so ein kleines Problem, was meine Sidebook angeht. Weil wenn ich kein BH trage, dann gehen die immer so ein bisschen nach außen. Und wenn die Bügel nicht genau an dieser Stelle sitzen und die so ein bisschen nach innen pushen, quetscht es halt hier alles über. Und deswegen muss ich da immer ein bisschen aufpassen. Und bei dem ist es gerade so, dass meine Sidebook perfekt reingedrückt wird. Deswegen passt der auch gut. Habe ich auch wieder eine Größe M genommen. Dann habe ich noch ein schwarzes Oberteil von dem bestellt. Ich habe kein passendes Unterteil dazu gefunden. Es war nämlich in M ausverkauft. Aber ich weiß, dass ich genug schwarze Unterteile habe. Deswegen sollte das passen. Und ich finde die Bikis einfach so schön. In diesem Karton hier haben wir noch ein paar alte Bikis, die ich noch nicht aussortiert habe. Und Leute, also ich weiß ja nicht. Also irgendwie, das sind so Bikinis. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Aber das erinnert mich halt so an meine 15-jährige Schwimmbadzeit, wo ich sowas immer getragen habe. Der ist auch von H&M gewesen. Ich nehme den einfach mit, ganz ehrlich. Der kann ja auch einfach im Koffer bleiben. Ist ja egal. Die Matching Pants ist der Grund, warum ich es nicht feiere. Weil das sieht aus, als wäre ich eine Omi. Nichts gegen Omis. Aber den Schnitt feiere ich halt einfach nicht so. Ach, lasse ich den jetzt doch zu Hause? Warte. Wir haben ja auch noch ein paar Schuhe drin. Okay. Hier sind auch noch ein paar Schuhe drin. Das heißt, wir machen erstmal weiter mit den Schuhen. Das hat ja alles kein Konzept. Ich nehme einmal die hier mit. Von Naked. Stell ich mir auch mega süß vor am Strand. Ey, bei den Schuhen. Ich glaube, das wird das meiste Gewicht ausmachen. Weil ich nehme sehr viele Schuhe mit. Ich habe so viele cute Sommerschuhe noch. Zumindest hoffe ich, dass ich die noch alle habe. Die hier waren letztes Jahr mega in. Und ich feiere die immer noch. Ich weiß, Dad Sandals ist so ein Ding. Die meisten hassen es. Die anderen lieben es. Und ich gehöre zum Team, ich lieb es. Deswegen packe ich die mit ein. Das waren meine Geburtstagsschuhe. Und ich bin mit denen offensichtlich nicht so gut umgegangen, als ich drunk war. Die sind komplett dreckig. Ich glaube, ich wasche die vorher nochmal ab. Aber die nehme ich auf jeden Fall mit. Weiter geht es mit meinen Favorite Pieces, was so Sommerurlaube angeht. Und zwar solche Hemden, die man einfach über Bikinis drüber werfen kann. Oder über so cute Cropped-Oberteile. Oder einfach so Bessiers. Und ich lieb es einfach, solche lockeren Hemden im Urlaub zu tragen, die man ausziehen kann, wenn man will. Aber die man auch anziehen kann, wenn es ein bisschen windig ist. Und wir haben gesehen, es soll ein 30 Grad werden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eh nur im Bikini chillen, wenn man zum Beispiel mal an die Bar geht. Oder irgendwie was isst mittags. Dass man sich was drüber werfen kann. Und deswegen liebe ich diese Hemden hier. Ich habe mir letztes Jahr schon sehr viele bestellt. Die meisten kennt ihr auch schon von mir. Aber ich werde die trotzdem mitnehmen. Ich habe zum Beispiel hier ein mega süßes. Ich kann mir das super cute vorstellen. Das ist so weiß und hat eben nicht so lange Ärmel. Die Sachen hier werden auf jeden Fall auch mitgenommen. Das sind alles ein paar Hemden. Wir haben hier einen kurzen Blazer. Den finde ich auch mega cute. Ganz viele Hemden. Dazu habe ich auch noch die passenden Shorts. Das Set gab es mal bei Zara. Auch wieder so ein längeres Hemd. Das gab es bei Laked. Und ganz viele andere Hemden noch. Ich glaube, in denen werde ich einfach leben. Weiter geht es mit meinem Stapel an Shorts. Ich werde nachher alle Hemden falten und einfach reintun. Ich nehme diese gelbe Shorts auf jeden Fall mit. Das gab es bei Naked. Eine Stoffshorts zum Chillen in so einem Kaki-Grün. Gab es auch mal bei Zara. Sehr cute Shorts. Aber ich glaube, in dem Stoff würde ich mich einfach wirklich totschwitzen. Deswegen bleibt die hier. Pink is always a vibe. Deswegen kommt die auch mit. Diese graue Shorts darf auch nicht fehlen. Die ist von SLA oder Slay the Label. Ihr wisst, ich lieb's dazu bestellen. Die habe ich auch mal bestellt. Und die kommt jetzt zum Einsatz. Und hier haben wir die Matching Pants zu diesem Hemd hier. Das war so ein Beiteiler bei Zara. Das haben die immer mal wieder. Und das habe ich damals überall auf Instagram gesehen. Deswegen habe ich es mir bestellt. Und es sieht so süß aus. Ich habe beides in größtes S genommen. Ne, das habe ich in M genommen. Und die Hose habe ich, glaube ich, in S genommen. Genau. Auch ein Vibe. Nehme ich die mit. Die ist schon, ah, die ist schon, die ist schon cute. Die nehme ich mit. Zweifel, dass ich da mega viel Langarm-Sachen brauche. Aber auch für den Hinflug-Rückflug. Und abends und nachts, wenn man da irgendwie Cocktails trinkt und so. Ich glaube, das ist schon relativ kühl. Aber dafür habe ich ja eigentlich meine Hemden. We will see. Okay, ich packe jetzt erst mal meine Hemden ein. Äh, excuse me. Why is there a flag like this? Sieht ein bisschen eklig aus. Aber ich glaube, das ist selbstbräuner. Ups, naja, egal. Dass ich sonst immer... Das Schwierige ist, dass wir ja zwei Wochen da sind. Und ich noch extra Outfits haben will, damit ich Bilder machen kann. Und ich weiß, viele werden sich jetzt denken, okay, chill mal. Genieß den Urlaub. Du brauchst ja keine Bilder machen und so. Und man kann ja auch mehrere Sachen öfter anziehen. Aber ich will einfach genug Bilder haben, damit ich so ein bisschen Content produzieren kann. Weil ich da ja auch schon dran denke. Und für Leute, die das vielleicht nicht so machen und nicht so gerne Bilder machen. Oder einfach nicht oft Bilder machen. Für die macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Aber ich denke da so ein bisschen mit, dass ich mir extra Outfits mitnehme, damit ich die für Bilder anziehen kann. Natürlich auch so in den chillen kann. Aber mir ist es trotzdem wichtig, dass ich da, wie gesagt, sehr viel Content produzieren kann. Weil man ist da ja once in a lifetime. Ich hoffe nicht nur einmal, aber ich bin da jetzt zum ersten Mal. Und ich will das to the fullest ausnutzen. Und deswegen nehme ich sehr viel mit. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt normal packen würde und ich mal ein Handy dabei hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht so viel mitnehmen. Und jeden Tag das Gleiche tragen. Aber ich will es ein bisschen enjoyen. Dann auch wieder von der Brand von Sarah Ashcroft haben wir diese Leinenhose. Aber die ist wirklich ein bisschen dicker. Aber trotzdem finde ich die sehr schön. Die ist in so einem Off-White. Und die ist auch wieder so lang. Kann man oben aber ein bisschen enger schnüren. Und die ist so süß. Vor allem für den Strand. Ich nehme auf jeden Fall noch einen Rock mit. Ich habe nicht viele Röcke. Und ich ziehe auch nicht so gerne Röcke an. Aber ich glaube, der wird es, weil der ist eben, also jetzt gerade sieht man es nicht, aber der ist so ein bisschen gerifft. Das heißt, der macht eine richtig schöne Figur. Dann nehme ich noch so ein ganz simples Satarkleid mit, wo der rückenfrei ist. Noch ein orange-farbenes Hemd. Bei orange, ich liebe orange. Jetzt packen wir noch ein paar simple Sachen rein. Ganz normale süße Tops-Oberteile und Crop-Tops. Zum Beispiel, was ich mega süß finde, sind solche Tops. Einfach so kariert mit so Rüfenärmeln. Denn meine Standard-Tops, ich habe die durchgetragen. Ich habe die so oft angehabt. Und die habe ich auch in gefühlt jeder Farbe. Deswegen kommen die auf jeden Fall auch mit. Wie gesagt, ich besitze diese Tops in jeder Farbe. Wir haben hier so ein Babyblau, Pink, Braun, Blau, Gelb, Schwarz, Beige, Dunkelbeige. Aber das ist auch teilweise auch von Zara. Aber diese, die ich am meisten liebe, die auch so einen richtig nice Stoff haben, sind von Chicane. Kann ich euch nur empfehlen. Die tragen sich so nice. Und ich will noch so ein paar süße Oberteile mitnehmen, die man so wickeln kann. Oder die man einfach so, die einfach ein bisschen nicht so basic sind. Da haben wir zum Beispiel einmal das hier. Ich weiß nicht mehr, von wo ist das? Ah, das war mal von Chicane. Unterstütze ich jetzt nicht mehr so. Aber ich habe es und deswegen werde ich es auch anziehen. Das sieht einfach so aus. Und das kann man dann vorne eben zusammenwickeln. Ist auch vorne, wo die Bubis sind, nochmal so doppelt gelayert. Und hat so Punkte. Und sieht einfach so süß aus. Mit den Tops war ich auch 2021 obsessed. Ich habe die mir gefühlt in jeder Farbe bestellt. Wir haben einmal dieses wunderschöne Grün. Dann haben wir das nochmal in diesem bunten Ton mit, wie nennt man das nochmal? Bartik-Optik. Orange und weiß. Und ich glaube, das war es erstmal. Wobei. Oh, ich habe so... Oh, das sind alles... Ah! Ah! Hier sind die Kleider. Woo! Meshki-Kleider kriegen von mir immer ein Big Go. Weil die sind einfach so schön. Und die machen so eine schöne Figur. Und die sitzen perfekt. Die sind zwar ein bisschen dicker vom Stoff. Aber ich finde trotzdem, dass die so so auf dem sind. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Fragen zu einem Kleid bekommen, wie zu dem hier. Ich hatte das auf einem Bild an und in meiner Story, als ich auf Greta war. Und das ist so süß, weil das hat so geflochtene Bändel, die man so hinten zumachen kann. Hat so einen Rückenausschnitt und so einen Schlitz unten und geht bis zum Boden und sieht so schön aus. Und das habe ich mir letztes Jahr bei Naked bestellt. Und es war schon ausverkauft, als ich es bestellen wollte. Es gab so noch ein paar Größen, ein paar Mal. Und ich konnte es auch nicht mehr finden. Also es war auch komplett rausgenommen. Ich hätte es euch gerne noch verlinkt. Und es tut mir auch immer leid, wenn ich dann sage, es gibt es nicht mehr. Bei den Blazern will ich jetzt ein bisschen sparsamer sein und nicht so viele mitnehmen. Weil ich liebe Blazer zwar, aber ob ich jetzt wirklich jeden Tag einen Blazer ziehe, I doubt it. Wir haben einmal diesen Boyfriend Blazer von Zara. Der ist auch so ein bisschen oversized und der ist grün. Und den nehme ich safe mit, weil den finde ich super schön. Und der hat so einen richtig schönen Stoff. Ist zwar ein bisschen dicker, aber das macht nichts. Dann haben wir hier diesen in Blau. Der hat so ein bisschen so einen leichteren Stoff und fällt so ein bisschen lockerer. Aber ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich auch, warum ist an jedem Teil von mir ein Tag dran. Aber fragt meine Freunde, fragt Selina, fragt Arthur. Ich trage meine Klamotten auch mit diesen Tags. Ich weiß nicht, warum ich bin immer zu faul, die abzumachen. Aber ich hatte den auf jeden Fall schon mal an. Den muss ich auf jeden Fall auch nochmal steamen, aber den nehme ich auch mit, weil ich glaube blau und mehr. Ich finde, das passt einfach perfekt. Die Kamera ist gerade ausgegangen. Wir machen einfach weiter. Auf jeden Fall nehme ich diesen Blazer auch noch mit. Das ist so ein Blazer von Naked in so einem Off-White bzw. Creme-Weiß. Und ich glaube, der passt auch zu sehr vielen Outfits, weil es halt einfach eine sehr gute Basic-Farbe ist. Das ist jetzt Stand der Dinge. Mein Koffer sieht auf jeden Fall nicht gepackt aus. Ich muss die Sachen auf jeden Fall noch sortieren und richtig einräumen. So sieht es unter den Blazern aus. Ich habe jetzt einfach alles so ein bisschen da reingeworfen. Ich habe euch schon auf Insta nach Packtipps gefragt und die meisten haben gesagt, roll deine Sachen, dann sparst du auch ein bisschen Platz. Und das werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber wahrscheinlich heute Abend, während ich irgendeine Trash-Serie gucke, damit ich ein bisschen was nebenbei zu tun habe. Ich habe gerade mal, während meine Kamera geladen hat, mir so eine kleine Overview an Produkten gemacht, die ich auf jeden Fall mitnehmen will. Das sind jetzt so ein paar der Dinge. Das ist jetzt schon mal so das, was ich mit rausgeräumt habe, was ich auf jeden Fall mitnehme. Auch so Tanning-Stuff und sowas. Angefangen mit ganz Basic-House-Spray. Das kennt ihr schon von mir. Ich habe den Deckel verloren, deswegen muss ich mal schauen, wie ich das perfekt verstaue. Dann haben wir ganz normal von GHD Hitzeschutz. Dann benutze ich immer von Lancaster diesen Tan-Optimal, seinen SPF 30. Den muss ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Aber ich gehe sowieso nochmal davor in die Stadt. Dann, wie immer, mein Favorite-Haaröl von Olaplex. Das benutze ich immer. Das ist auch, glaube ich, schon meine zweite oder dritte Packung. Dann habe ich mir gedacht, perfekt für den Urlaub, auch ein paar Wipes. Damit ich einfach, wenn ich so am Strand bin, mich so ein bisschen frisch machen kann unter den Achseln. Weil ich weiß, ich werde schwitzen. Ich schwitze immer. Dann haben wir hier von The Fox 10 diesen Sun-Tensiler. Da ist auch auf jeden Fall noch ein bisschen was drin. Den habe ich schon auf Greta benutzt. Ich weiß gar nicht, ob das dann noch haltbar ist. Aber ich werde den einfach trotzdem mitnehmen. Den habe ich mal aufgetragen nach dem Sonnen. Also, wenn ich duschen war und dann einfach so als Skincare. Dann habe ich mir neu bestellt bei Purish dieses Gel mit Lichtschutzfaktor 50. Ganz wichtig. Und wenn ich dann ein bisschen braun bin und wahrscheinlich so am Ende der Reise benutze ich dann SPF 15. Aber eigentlich bin ich ein großer Fan von 30er SPF, damit ihr einfach eure Haut genug schützt. Dann benutze ich auch gerne von The Fox 10 solche Beschleuniger, was das Tan angeht. Und ich habe hier noch einen fürs Gesicht. Und von Bali Body benutze ich auch mega gerne die Öle. Einmal haben wir hier dieses Tanning Oil und nochmal welches mit Lichtschutzfaktor 15. Das benutze ich meistens für die Stellen, an denen ich schon relativ braun bin, wo ich nicht mehr so die Gefahr habe wegen Sonnenbrand. Und die benutze ich da einfach mega gerne. Das ist auch noch von letztem Jahr. Die habe ich mir neu bestellt. Und das habe ich auch noch von letztem Jahr. Und ein weiteres Must-Have ist dieses Öl von NYX Paris. Das benutze ich vor allem für den Körper. Das kann man aber auch für die Haare benutzen. Und fürs Gesicht. Also so ein 3-in-1-Produkt. Das ist jetzt auch schon meine zweite Packung. Ich habe die auch noch nicht aufgemessen. Deswegen nehme ich die einfach so mit. Und das ist jetzt erstmal das, was ich auf jeden Fall einpacke. Aber ich brauche halt noch so Sachen wie Hitzeschutz und Haarspray hier. Jetzt widmen wir uns mal meinem Schmuck. Ich habe hier dieses cute, wie nennt man das? Etui für meinen Schmuck. Da packe ich ein paar Sachen rein. Aber das wird absolut nicht ausreichen. Weil ihr wisst, ich trage jeden Tag Schmuck. Und ich liebe es auch, meinen Schmuck zu switchen. Deswegen werde ich auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Aber das hier ist von Blair. Hallo. Ich habe jetzt mal ein paar meiner Favorite Pieces zusammengesucht, die ich auf jeden Fall mit in den Urlaub nehmen will. Ich werde auf jeden Fall auch noch diese Schmuckstücke mitnehmen. Die zwei hinteren sind von Blair Jewelry. Und der in der Mitte ist von Luli Collection. Ich werde auch auf jeden Fall meine Uhr mitnehmen. Und das Armband. Und ich werde auch noch meine Ketten mitnehmen, die ich jetzt gerade trage. Einmal die Matching-Kette zum Armband. Und diese Kette hier, die ist auch von Muli Collection. Und das ist der Rest, den ich auch noch einpacken werde. Wir haben hier einmal meine Haarklammer. Die gab es bei Etsy. Dann habe ich hier ein paar Armbänder und Fußkettchen mitgenommen. Wir haben hier zum Beispiel einmal so ein buntes. Das ist von Jackson Jewelry. Dann haben wir hier das, wo das A dran ist. Das finde ich mega cute. Dann haben wir hier so ein ganz Basic-Armband. Ich glaube, das ist von Anna Luisa. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil das schon uralt ist. Und zum Beispiel auch noch so ein Fußkettchen mit A, was ich sehr, sehr cute finde. Also das werde ich auf jeden Fall die ganze Zeit tragen. Dann haben wir hier noch so ein richtig süßes Armband. Das ist auch von Jackson Jewelry. Und so eins, was so doppelt gelayert ist. Bei den Ketten wollte ich auch wieder so ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Gerade wenn es ans Meer geht. Da haben wir einmal die hier. Ich glaube, die habe ich mir bei Amazon bestellt. Genau wie die weiße hier. Die ist auch schon extrem verrostet. Aber durch diese weißen Perlen sieht man das natürlich nicht. Und diese Kette mit diesen Steinchen und diesen Perlen nehme ich auch mit. Ich weiß nicht mehr, woher die ist. Ich glaube, von irgendeinem Small Business von Instagram. Aber der Name fällt mir gerade nicht mehr ein. Und falls ich den Shop noch finde, verlinke ich es euch in meiner Story. Dann nehme ich diese Kette noch mit. Richtig cute mit diesen Steinchen. Das ist auch von Mooli Collection. Und diese Kette hier, ich glaube, die war von H&M. Finde ich sehr süß mit diesen drei Ringen. Und meine ganz typische Schlosskette von Anna Luisa. Die trage ich auch eigentlich daily. Die kennt ihr auch schon von mir. Die kommt auf jeden Fall auch mit. Und ich habe hier auch schon ein paar Sachen reingepackt. Einmal die zwei Ringe. Einfach so einen ganz simplen mit so Steinchen. Und den hier, so ein ganz dünner, goldener, der immer perfekt auf meinen Ringfinger passt. Äh, auf meinen Zeigefinger. Genau. Was Ohrringe angeht, da werde ich wahrscheinlich noch aufstocken. Weil ich trage wirklich jeden Tag gefühlt was anderes. Ich habe hier einmal die zwei Ohrringe. Die, beziehungsweise dieses Paar Ohrringe. Ähm, die müssten von Eyecrush sein. Ich glaube, die waren von da. Dann nehme ich diese zwei bunten hier mit. Beziehungsweise dieses Ohrringe-Paar finde ich auch super süß. Can you focus? Ähm, die müssten auch von Jackson Jewelry gewesen sein. Oder von Blair. Die haben relativ ähnlichen Schmuck. Aber ich bin verliebt in beide Shops. Und diese großen hier waren auf jeden Fall von Jackson Jewelry. Daran kann ich mich noch erinnern. Die haben nämlich hinten auch so Steinchen drin, damit das, wenn man von vorne guckt, überall so glänzt. Finde ich mega schön. Dann ganz basic goldene Kreolen. Kann man nie was mit falsch machen. Und meine absoluten Favorites momentan sind die hier. Die sind auch von Mooli Collection. Ich habe euch vor einer Woche oder so einen Code auf Instagram gepostet. Ich weiß nicht, ob der noch gültig ist. Und ach, die funkeln so schön. Und die sehen einfach so hochwertig aus und sind auch mega hochwertig. Deswegen liebe ich die. Und dann auch noch so ein paar kleinere Kreolen. Die sind einfach so ein bisschen mit so einer Textur. Aber warum fokussiert das nicht so gut? Hello. Genau. So sehen die aus. Finde ich auch super süß. Die gab es im Dreier-Set auch von Mooli Collection. Aber ich nehme jetzt nur die ganz großen mit. Und dann nochmal eine kleinere Variante von den großen hier. Und dann noch ganz basic ein paar Stecker. Ich weiß auch nicht mehr, woher die sind. Aber die finde ich mega süß. Und das ist jetzt so das, was ich bis jetzt mir vorgestellt habe mitzunehmen. Ich weiß, ich bin da nur zwei Wochen. Aber meinen Schmuck wechsle ich wie meine Unterhosen. Deswegen nehme ich auch so viel mit. Was auf jeden Fall auch mit muss, ist meine Polaroid-Kamera. Sehr wichtig. Warum hängt hier eine Socke? Okay. Auf jeden Fall hatte ich die auch an meinem Geburtstag dabei. Und ich wollte so richtig süße Bilder machen zur Erinnerung. Und auf einmal war der Film alle, ohne dass ich es gemerkt habe und wusste. Und wir haben kein einziges Bild machen können. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, wo mein Film ist. Damit ich die jetzt noch auffülle. Damit ich es nicht vergesse. Ich habe noch einen von diesen Instax Mini-Filmen. Und den tue ich da jetzt mal direkt rein. So. Dann machen wir da ran. Hallo. Geht es so? Hä? It doesn't work. Hallo. Hä? Ja, es ist doch so. Was ist da? Oh, ich bin so dumm. Der alte Film war noch drin. Ey, ich bin so ein Opfer. Oh mein Gott. Wir sind jetzt kurz in meinem Badezimmer. Ich habe nämlich überlegt, dass ich schon mal sowas wie Parfüm und so Sachen, die ich wirklich jetzt nicht mehr benutze, einpacke. Aber mir ist aufgefallen, dass ich alles noch benutze. Mein Abschminkzeug muss ich mir sowieso noch nachkaufen, weil das ist fast leer. Deo muss ich mir nachkaufen. Das mache ich alles noch im Vlog. Der kommt Sonntag online. Und was muss ich jetzt, was kann ich jetzt schon einpacken? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich brauche auf jeden Fall Nippelpads, weil ich immer unter diesen Tops Nippelpads trage. Und auch bei so Kleidern, die so einen Rückenausschnitt haben, damit man den BH nicht sieht, trage ich immer sehr gerne Nippelpads. Und da sind auf jeden Fall noch ein paar drin. Deswegen nehme ich die ganze Packung mit. Das sind die allerbesten. Verlinke ich euch in der Infobox. Gibt es bei Amazon. Parfüm. Ich habe euch schon auf Insta gewarnt. Ich werde auf jeden Fall meine Parfüm Collection komplett erneuern, weil ich habe so wenige Parfüms, die ich wirklich riechen kann und die mir gefallen und die mir an mir gefallen. Deswegen werde ich jetzt zwei meiner Standardparfüms mitnehmen. Ich wollte mir eigentlich auch noch in Mailand von Gucci das Flora holen. Das habt ihr mir auch richtig oft empfohlen. Aber ich habe es einmal vergessen und da war ich zu geizig. Vielleicht hole ich mir jetzt noch so eine Mini-Version. Mal gucken. Auf jeden Fall kommt YSL Libre mit. Den Duft, ich habe mich darüber besperrt. Der riecht zwar trotzdem noch mega gut und ich weiß, dass richtig viele den feiern. Aber an mir selbst nervt der mich irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich den immer rieche. Ich trage den eigentlich daily. Aber trotzdem identifiziere ich mich nicht so mit dem. Aber der kommt trotzdem mit. Weil meine Mama liebt den auch und dann können wir den jetzt zusammen benutzen. Und was ich wahrscheinlich auch noch mitnehme, ist Black Opium von YSL. Aber oh ne. Dieser Geruch, das ist so richtig. Das erinnert mich an damals, als ich eine nicht so gute Zeit hatte. Und ich habe danach immer gerochen oder andere haben danach immer gerochen. Und ich mag es nicht. Ne, der bleibt hier. Andere Perspektive. Meine Kamera ist eben ausgegangen, weil die leer gegangen ist. Und deswegen habe ich so eine kleine Filmpause gemacht. Und in der Zeit habe ich mich erstmal rumfilofoniert durch DHL, weil die noch ein Paket von mir hatten. Und ich habe den Struggle schon auf Instagram erzählt. Die haben irgendwie das Paket, das war beim Zoll. Dann wurde es zu einer Packstation geliefert. Da sollte ich es abholen. Dann konnte ich aber auswählen, dass es doch zu mir nach Hause geliefert wird von der Packstation aus. Und dann war der Stand, dass die mir das am 1. März liefern. Und ja, ratet mal, bis ein Paket nicht ankam. Und dann war ich so, okay, ich frage jetzt einfach mal bei DHL nach. Aber diese Packstation hatte keine Nummer. Also ich weiß nicht, ob man es Packstation nennt. Es war so ein DHL, so eine Station, keine Ahnung. Und dann habe ich da angerufen und die konnten mir nicht helfen. Die waren so, ja, wir wissen es nicht. Eigentlich liegt das Paket noch da. Warum ihnen angezeigt wird, dass es zu ihnen gebracht wird, weiß keiner. Ich war so gut. Und dann hatte dieses Geschäft noch, ich glaube, 40 Minuten offen. Und ich brauche so 20 Minuten dahin. Und ich war so, let's risk it, weil es war Berufsverkehr. Und ich war so, wenn diese Strecke gestaut ist, dann kann man auch nicht überholen. Oder kann einen schnelleren Weg fahren, sondern es ist eine Strecke. Und deswegen war ich so, okay, ich probiere eher so. Ich fahre da jetzt einfach hin und gucke, ob mein Paket da ist. Weil das wird ja auch bald wieder dann zurückgeschickt, wenn man es nicht abholt. Und es war da. Ich habe jetzt mein Paket. Ich war noch schnell bei meinen Eltern, habe da auch noch zwei Pakete abgeholt. Und die werden wir morgen gemeinsam unboxen. Aber ich habe jetzt noch eine Sache, die ich heute einpacke. Und zwar one of the most important things. Dieses Teil hier. Und falls ihr nicht wisst, was es ist. Das ist ein Steamer. Den habe ich jetzt schon mega oft dabei gehabt. Ich glaube in Mailand, auf Kreta. Und ich habe den zu Hause auch benutzt. Mein Papa hat den schon mal benutzt, weil es einfach so nice ist. Und damit könnt ihr eure Sachen sozusagen bügeln. Und das ist halt eine sehr schnelle Variante. Und deswegen habe ich jetzt auch vorher alle Sachen nicht gesteamt. Und weil ich weiß, dass die im Koffer wieder zerknittern. Und das mache ich dann einfach vor Ort. Und immer, wenn ich die Sachen anziehen will. Weil dann ist es schön glatt. Und der ist einfach sehr nice. Gerade auch, wenn man verreist. Das ist bis jetzt mein Koffer für zwei Wochen auf den Malediven. Das ist alles schon relativ ready. Also ich muss das vielleicht noch ein bisschen ordentlicher zusammenlegen. Und weil viele haben mir auch empfohlen, das zu rollen. Damit ich einmal ein bisschen Platz spare. Das ist fertig. Das ist fertig. Die kommen wieder zurück in den Schrank. Da kommen noch Unterwäsche und andere Bikinis rein. Und ansonsten wüsste ich nicht, was ich noch einpacken kann. Also ich brauche Unterwäsche, Kulturbeutel und sowas. Und der Rest kommt sowieso ins Handgepäck. Aber so die meisten Outfits und alle Teile dafür sind hier drin. Guten Morgen, Leute. It's the next day. Und ich bin vor zehn Minuten aufgestanden. Und sehe dementsprechend auch noch aus. Aber ich dachte mir, wir machen jetzt mal so ein kleines Unboxing. Weil ich heute schon ein bisschen was zu tun habe. Und deswegen öffne ich jetzt schnell alle Pakete, die ich gestern noch bei der Post geholt habe. Und bei meinen Eltern geholt habe. Und by the way, ich bin nicht am weinen. Ich hatte nur über die Nacht irgendwas im Auge. Deswegen habe ich mir Augentropfen benutzt, damit das hier sich rausspült. Weil es war einfach richtig unangenehm. Ein Paket musste ich gestern Abend schon öffnen, weil ich war so gespannt, was da drin ist. Deswegen habe ich es schon geöffnet. Aber ich zeige es euch trotzdem so, wie es ankam. Und zwar haben wir einmal von God Save Queens. Das ist eine Bikini-Seite. Habe ich mir zwei Bikinis bestellt. Weil ich habe gesehen, auf TikTok hatte das ein Girl an. Und dieser Bikini sah so stunning an ihr aus. Aber jetzt so, als ich das gestern geöffnet habe, bin ich so ein bisschen skeptisch, wie das wirklich aussieht. Und vor allem, ob es passt. Wir haben zwei Bikinis. Und zwar ist die Seite so ein bisschen dafür bekannt, denn die haben so Cutouts in den Bikinis, die eben so durchsichtig sind. Und dann sieht man eben deine Haut durch. Und das ist so ein ganz cutes Detail. Aber ich habe das Gefühl, die eine Hose zum Beispiel würde nicht passen. Also wir haben hier einmal die Hose. Ich glaube, die ist ein bisschen weird zugemacht worden. Aber ich glaube, ihr wisst, wie man so eine Hose anzieht. Und zwar haben wir einmal so. Und hinten sieht es so aus. Das ist halt so ein Leo-Stoff. Also das habe ich erst nicht so gecheckt. Ich finde, bei dem Schwarzen fällt es sowieso nicht auf. Deswegen finde ich es nicht so schlimm. Und vorne haben wir dann halt das Cutout. Und da ist dann eben die Haut drunter. Und ich glaube, das sieht mega süß aus. Und ich habe das bei ihr gesehen. Und ich war so, woher ist der Bikini? Vor allem sah das von Weitem wirklich so aus, als hätte sie da einfach, als wäre das so ausgeschnitten. Und wäre komplett ohne Stoff. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich finde es ganz gut, weil so sind die Stoffe aneinander. Und dann klappt nicht irgendwas um und so. Und das passende Oberteil. Ich muss es nachher alles mal anprobieren. Aber jetzt gerade bin ich wirklich not in the mood. Das Oberteil fand ich mit am besten. Also sie hatte ein anderes an. Das habe ich auch gefunden. Aber das gab es irgendwie nicht mehr in meiner Größe. Ich glaube, weil so viele da bestellt haben nach dem TikTok. Und zwar sieht das Oberteil so aus. Ich hoffe, meine Nips sind bedeckt. Aber wenn ich den behalte und wenn der gut sitzt, dann werdet ihr damit wahrscheinlich auch auf Instagram zugespampt. Deswegen stay tuned. Und ich habe mir nochmal einen bestellt. Ich glaube, die haben fast nur so Leo-Muster. Aber ich fand das ganz cute. Und zwar ist es so einer, der eben komplett hinten frei ist und nur mit so Bändeln und vorne eben die kompletten Boobies abdeckt. Und der hat hier an der Seite nochmal so einen Riemen. Also ich glaube, das kann ganz cute aussehen. Aber bei der Hose bin ich ein bisschen skeptisch, ob die so gut passt. Weil die ist nicht so elastisch wegen diesen Knoten hier. Weiter geht es mit dem Paket, was beim Zollfest hing. Ich habe zum ersten Mal bei White Fox bestellt. Ich habe da immer so ein paar TikToks zu gesehen. Und ich war so, this is a sign. Bestell da einfach mal. Weil ich fand, die haben immer ganz cute Sachen. Vor allem auch so Zweiteile und so. Deswegen war ich so, okay. I'm going to order. Ach, warum packt man nicht den Einzelnen ein? Hä? I didn't know, dass das Neon sein wird. Gut. Also ich bin nicht so der Neon-Fan, um ehrlich zu sein. Und habe ich jetzt hier wirklich M genommen. Das ist das passende Oberteil. Ich weiß nicht genau, ob das gut sitzt. Aber we'll give it a try. Dann habe ich den gleichen Bikini auch nochmal in blau bestellt. Das blaue ist wenigstens schön. Aber ich habe gerade wirklich Angst wegen der Größen. Dann habe ich einen schwarzen Bikini bestellt. Der könnte mir sehr gut gefallen. Der hat hinten rose goldene Details. Und hat vorne wie so eine kleine Schleife. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich glaube, der sieht gut aus. Also ich hoffe es zumindest. Die Matching-Pants sieht auch wieder ein bisschen zu groß aus. Ich hoffe einfach, dass es passt. Und jetzt kommen wir zu zwei... Hä? Habe ich nicht noch was bestellt? Ich muss mir nochmal das Bild auf der Seite angucken. Aber das ist auf jeden Fall ein Mini-Kleid. Eben in dieser Hemd-Optik. Ich glaube, man kann hier relativ viel noch enger machen mit diesen Bändeln und sowas. Und an den Ärmeln. Also ich bin sehr gespannt. Oder einfach Schleifen rein. Ich muss nochmal schauen. Und das habe ich in der Farbe Matcha. Das ist auf jeden Fall ein Match. Und ja, das finde ich ganz süß. Last but not least haben wir hier dieses Mini-Kleid. Und das hat so einen richtigen Hemdstoff. Und das sah auf der Seite so süß aus. Ich werde euch mal ein Bild raussuchen. Und zwar ist das unten relativ eng ab der Taille. Und ich glaube sogar ab dem Bauch und unter der Brust. Und oben ist es einfach wie ein normales Hemd. Und ich mag so Kleider extrem gerne, die unten so ein bisschen gerafft sind. Und dadurch eben so ein bisschen figurbetonter sind. Also ich mag das sehr gerne. Okay, ich glaube, der Haul wird gefühlt länger als das ganze Video. Also wir machen weiter mit dem letzten Paket. Und zwar von ASOS. Ich habe mir da ein paar Strandsachen bestellt. Und zwar haben wir hier einmal dieses cute Dress. Das ist so ein Neckholder-Kleid. Hier kommen die Bubis rein. Lange Ärmel. Am Bauch ist es frei. Und unten ist es dann einfach wie so ein langer Maxi-Rock. Ich glaube, das könnte ganz cute sein. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, was grün und gelb und so angeht. Also so ein grün und so ein gelb. Und gerade auch in Kombination. Aber wir werden sehen, ob es es in mein Insta-Feed schafft. Oder ob ihr es überhaupt zu sehen bekommt. Oder ob ich es zurückschicke. Die Anso hat sich ausprobiert. Und zwar habe ich mir so einen Hut bestellt. Und ich habe nicht so schöne gefunden bei ASOS. Und deswegen habe ich mir den geholt. Der ist einfach weiß. Aber hat eben dieses Muster. So. That's what it looks like. Ich finde es gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und er erfüllt hier auch irgendwie den Sinn von einem Hut eigentlich. Also so ein bisschen Sonne abweisend, dass man ein bisschen geschützt ist, der Kopf. Und meine Mama war stolz auf mich. Aber ich werde den auf jeden Fall behalten. Ich finde den ganz cute. Der ist bequem. Ist ein Vibe. Uh. I like the Verpackung. Haben wir einen Orange. Haben wir das Kleid? Ich habe so viele Komplimente von euch bekommen, dass Orange meine Farbe sei. Und ich war so... Da muss ich wohl auf euch hören. Wieder ein Neckholder-Dress. Das ist hinten super freigeschnitten. Da war ich wirklich zwiegespalten, ob ich mir das bestelle. Also es sieht ungefähr so aus. Und ist dann einfach eng und ein Mini-Dress. Und es hat so einen Handtuchstoff. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Es ist halt so ein bisschen wie ein Handtuch, aber es fühlt sich gut an. Und ja, das kann man zum Glück ein bisschen... Es ist literally wie ein Handtuch. Wisst ihr, was ich meine? Last but not least haben wir wieder einen Satin-Stoff. Ich habe mir einen Rock bestellt. Der sieht so aus. Also es ist so ein bisschen seitlich geschnitten. Geht auf der einen Seite ein bisschen länger runter und hat diesen Naturstoff und diesen Champagner. Und hat hier auch einen Reißverschluss. Deswegen hoffe ich, dass der gut passt. Aber es ist schon mal sehr gut, dass der einen Reißverschluss hat. Ich finde den sehr süß. Ist super leicht und super locker. Und ich glaube, der ist perfekt für so einen Urlaub. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der sitzt. Ich habe leider das passende Oberteil dazu nicht mehr bekommen. Also es war ausverkauft. Weil sonst hätte ich halt so ein Tupis gehabt. Aber egal. Ich werde irgendwas anderes drauf kombinieren. Aber finde ich ganz süß. Yes. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Vlog. Es war kein richtiges Pack with me. Also es war so ein All-over-the-place-Video. Und ich habe euch von allem irgendwas gezeigt. Aber ich hoffe, dass ihr es trotzdem enjoyen konntet. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.